Die Erste Allgemeine Verunsicherung ist eine österreichische Pop-Rock-Band, die 1977 gegründet wurde. Texter und Komponist der Band ist Thomas Spitzer. Der Name ist eine Anlehnung an das ehemalige österreichische Versicherungsunternehmen Erste Allgemeine Versicherung, die Anfänge und Antipasta. Ike Breit war Gründer der Band Antipasta, die sich nach drei Jahren auflöste. Mit seinem Freund Thomas Spitzer, der wenige Wochen vor der Auflösung als Gitarrist zu Antipasta gestoßen war. So wie Nino Holm und Anders Steenmo gründete er wenig später eine neue Band, der zunächst aber ein passender Name fehlte. Während einer gemeinsamen Busfahrt kamen Spitzer und Holm am Hauptsitz der Ersten Allgemeinen Versicherung vorbei. Was sie auf die scherzhafte Idee brachte, den Bandnamen an das Versicherungsunternehmen anzulehnen, Die erste allgemeine Verunsicherung war geboren. Die Versicherung zeigte sich wenig begeistert von der Abwandlung ihres Namens und leitete juristische Schritte gegen die Band ein. Die Klage wurde aber nach kurzer Zeit zurückgezogen. Einige Jahre später trat die Versicherung als Sponsor der Pinguin-Tour auf. Karriere Ende der 1970er Jahre begann EAV als Rock-Comics-Band und feierte erste Erfolge in der alternativen Club-Szene Deutschlands. Mit dem fünften Album Geld oder Leben gelang schließlich durch die Veröffentlichung eines Cartoons aus der Feder der EAV-Musiker auf der Titelseite des österreichischen Fachmonatsmagazins. Für Musiker und Studiotechnik Chinbum der Durchbruch im gesamten deutschsprachigen Raum. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges zog sich die Band für drei Jahre aus dem Musikgeschäft zurück. Bei ihrem Comeback 1994 gelang es nicht mehr an die großen kommerziellen Erfolge der späten 80er und frühen 90er anzuknüpfen. Die Lieder der ersten allgemeinen Verunsicherung wurden besonders in den 80ern oft als reine Spaßlieder verstanden. Durch den Erfolg von Liedern wie Baba Banküberfall, Märchenprinz, Küss die Hand, Schöne Frau, Vater Morgana oder Ding Dong wurde ihnen oft das Etikett einer Klammock-Band angeheftet. Was sich 1999 durch den Erfolg des Songs Drei weiße Tauben noch einmal verstärken sollte. Die Band selbst macht für dieses Missverständnis den kommerziellen Erfolg einzelner aus dem Gesamtkontext eines Albums gerissener Lieder. Verantwortlich Tatsächlich eckte ERV durch ihre politischen Statements immer wieder an. Der ehemalige österreichische Bundespräsident Kurt Waldheim drohte nach Wannmann-Ginmus mit einer Klage. Zog diese aber angesichts negativer öffentlicher Reaktionen zurück. Sehr stark ist das Engagement der Gruppe gegen rechtsextreme und rechte Gewalt. Bereits 1984 gab es nach einer TV-Sendung Bombendrohungen von Neonazis. Der österreichische Rechtspopulist Jörg Haider verklagte die Band wegen übler Nachrede und zahlreiche Titel wurden wegen ihrer Kirchen und gesellschaftskritischen Inhalte von Rundfunksendern boykottiert. Der bekannteste Fall ist sicherlich die 1988 erschienene Single Bully, die sich mit den möglichen Folgen des Gauss eines Kernkraftwerks beschäftigt. Der Band wurde daraufhin eine Verhöhnung behinderter Menschen vorgeworfen. Der Bayerische Rundfunk hat das Lied Smuartal wegen seiner Kritik am damaligen Papst und der katholischen Kirche nicht gesendet. Von Herbst 2005 bis Ende 2007 war die erste allgemeine Verunsicherung mit dem Programm zum Album 100 Jahre ERV. Ihr habt es so gewollt. Im deutschsprachigen Raum unterwegs neben den bekannten Hits und Klassikern der Bandgeschichte wurden auch neue Lieder gespielt. Das Album stand in Österreich 113 Wochen lang in den Charts. Aufgrund des Erfolges der Leihkonzerte ging die ERV ab Frühjahr 2008 mit ihrem neuen Programm Amore XL erneut auf Tournee. Am 5. Februar 2010 erschien das Album Neue Helden braucht das Land. Auf der dazugehörigen Tournee trat die Band ab März des Jahres in Österreich, Deutschland und der Schweiz auf. Von Mai 2010 bis Ende 2014 legte Thomas Spitzer seine Bühnenkarriere vorerst auf Eis. In dieser Zeit spielte Reinhard Strandsinger für ihn. 2014 nutzte die ERV für eine Bühnenpause. Am 30. Januar 2015 erschien das neue Album Wer Wolf Attacke – Monsterball ist überall. Daraus erschienen die Promosingles Was ist los? Pfeift drauf und Theater um die Kunst jeweils mit Musikvideo. Danach sind Konzerte in Österreich, der Schweiz und Süddeutschland geplant. Besetzung Im Lauf der Bandgeschichte kam es immer wieder zu wechseln in der Besetzung. In den Jahren von 1974 bis 1977 kamen die ERV-Gründungsmitglieder Eik Breit, Nino Holm, Anders Steenmo und Thomas Spitzer durch die Vorgängerband Antipasta zusammen. Von 1978 bis 1979 war der Solist Wilfried Scheutz Sänger der Band. Von 1979 bis 1983 waren die Band S.T.S. und die ERV laut Angaben von Thomas Spitzer eine Band, denn Gerd Steinbecker war Sänger. Günter Timmel Techniker und Helmut Röhrling alias Schiffkowitz für eine Tournee ein Bühnenakteur der Band. Nachdem sich der Manager Walter Hammerl im Februar 1981 das Leben genommen hatte, wurde Klaus Eberhardtinger als neuer Sänger engagiert. Als 1983 Gerd Steinbecker und Günter Timmel ausstiegen, kamen Mario Bortazzi und der Produzent Peter Müller zur Gruppe. Im Jahr 1990 stieg Bortazzi aus und wurde durch Andi Töffel ersetzt. 1994 stießen die Produzenten David Bronner und Kurt Keinrad zur Band. Als sich Nino Holm zurückzog, wurde David Bronner für ein Jahr als Tourmitglied engagiert. Aufgrund kommerzieller Streitigkeiten trennten sich 1996 Eick Breit und Günter Schönberger von der Gruppe. Kurt Keinrad wurde im selben Jahr festes Mitglied der Gruppe. 1997 stießen der Chefpartie-Bassist Leo bei alias Karl Horack und der Keyboarder Franz Zettel zunächst als Gastmusiker und 1998 als feste Mitglieder. Dazu, nachdem Anders-Stehn-Mo im gleichen Jahr kurz nach Premiere der Himmel- und Hölle-Tour einen Hörsturz erlitten hatte, stieß Alex Deutsch und nach dessen Ausscheiden im gleichen Jahr aufgrund einer Lungenentzündung Robert Baumgartner als Schlagzeuger zur Band. 2001 stiegen Andi Töffel und Franz Zettel aus der Band aus. Andi Töffel versuchte sich als Entertainer und Franz Zettel wurde Keyboarder und Saxophonist der Begleitband von S.T.S. bis zu deren Auflösung 2014. Als Ersatz kam der Ausseher Hartbratler und Musiklehrer Franz Kreimer zur Band. Seit 2010 springt Reinhard Stranzinger gelegentlich auf Tourneen für Thomas Spitzhaar an der Gitarre ein. Diskografie Hauptartikel Studio Albenschriften 1988 Kann denn Schwachsinn Sünde sein? Zehn Jahre gelebter Wahnsinn Peter Leopold Überreuter Verlag Fien 1988 ISBN 3-8000-3296-1 1991 Das CAV Sandburg Edition Die Wix ISM NM 5001-7-101-0 Liste der Touren 1978-1979 Uschi im Glückwinter 1978 Winter 1979 Ihr Kinderleinkommet 1980-1982 Café Passe 1983-1984 Spitalo-Fatalo-Tour 1985-1986 Geld-oder-Leben-Tour 1988-1989 Pinguin-Tour 1990-1991 Nepomuk-Tour 1995-1996 Kunst-Tour 1998-1999 Himmel-und-Hölle-Tour 2000-2004 Best-of-Show 2005-2007 100 Jahre ERV-Tour 2008-2009 Amorexel-Tour 2010 Neue Helden-Tour 2012-2013 Best-of-Show Neandertal-Tour 2015 Wehrwolf-Tour Auszeichnungen 1982-1982 Deutscher Schallplatten-Kritiker-Preis 1982-1982 Berliner Wecker 1986-1986 Austropop-Kolumbus 1986-1986 Goldene Stimmgabel 1987-1987 Orpheus 1987-1987 Berolina 1988-1988 Berolina 1988-1988 Goldene Stimmgabel 1991-1991 World Music Award 1992-1992 RSH-Gold 2006-1986 Goldene Stimmgabel Trivia Bei einem Überfall auf eine Filiale der BAW AG in Wien am 27. Februar 2007 wurde von einem Anwohner das Lied-Baba-Bank-Überfall lautstark über die ans Fenster gestellte Stereo-Anlage gespielt. Bis die Polizei es unterbannt.